um zu erwarten ist es was man noch weiterlaufen nee wie wenn wir noch das nächste Level weitergeleitet so ich probiere mal was aus wieso da durch das muss mir gar nicht komm komm fall uns bitte danke jetzt so ok jetzt so ja danke ok 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 es könnte vielleicht auch komm bitte voll runter und stirb man das kann doch nicht wahr sein ich will immer wieder verkackt wird ich will immer wieder verkackt wird wie jetzt sogar durch zu kommen aber dann ist es auch perfekt ok ok ein bisschen Glück nur dass sie es schaffen ok wird ok ok ich bin nicht ich bin nicht es wird dann es keine drei Sterne ich bin ich nur einstellen 1 Prozent einstellen aber es macht sich selbst in die Schaffung um ein Götter Prozent 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 Prolier ist man so Prozent okay ich würde es nicht so schlau ok er ist gerade gestorben wir haben es geschafft alles klappt ein Stern egal es macht uns nichts und da schaut einer nach und der wird abgeschossen so und dann bekommen wir auch noch eine neue den Mann hier ok wie soll man das am besten machen besser einfach so und ja das war gar nicht schlecht haben wir schon mal einen bekommen oh und es rollt noch runter und das ganze gerüst rollt noch runter wenn ich noch keine anschubs oh 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 nein schade egal jetzt bekommen wir ihn sowieso so so und geschafft wieder wieder den rekord nicht gebrochen aber und weiter 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 probiert zwar so ja das war gar nicht so schlecht so gar nicht so schlecht ok das ist aber machen und diesmal ja nichts mit ihr und der letzte pick stirbt perfekt perfekt ok es war wieder nur ein Stern aber hey es macht nichts oh mein Gott ich weiß dass sie auf Eisen schießen können aber ok ok es war gar nicht so schwer oh mein Gott wie wir das gemacht haben das hat so illegal ausgesehen perfekt zwei sterne aber zwei verdiente sterne ok 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 sagt hier rein geht das gewiss drunter oh da unten sehe ich noch einen aber den sollten theoretisch bekommen wenn wir das hier nicht allzu dumm ausführen was wir aber natürlich machen so machen wir es nochmal so ok den haben wir ausgeschaltet so ok 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 das ist gekommen wir bekommen nochmal 10.000 dazu so 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 ok ok ua Nein, das ist schmutzig. Okay. Das war knapp. Leider nur ein Stern. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay. Ähm. Schießen wir da rein. Oh nein. Das muss man nochmal machen. Oder warte mal. Manchmal so. 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 schade ne der fähler nicht um 20 die sterben der stilte fast der roten steht noch und wir schaffen es sogar perfekt 56.000 oder 50 punkte bekommen wir dafür zirka ist mit 66 Jahren die richtige so wie ich es und die die Fassung der oder warte mal das war dumm von mir selbst so, das war besser, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls mal. Auf alle Fälle war das besser. So. Ähm. Das müssen wir nochmal machen. Okay. Oh mein Gott, wie wir alle mit einem Schuss getötet haben. Und wenn das keine durchstellen sind, dann weiß ich auch nicht. Chewbacca. Okay. Hm. War das einfach so? So. So. Sack rein. Und dann haben wir auch noch den nach hinten getroffen. So. Eigentlich könnte das perfekte Gott gar nicht laufen. So. Ah, irgendwie hat noch einen überlebt. So. Das machen wir nochmal. Wenn das war. Das war stark. Und wir kriegen ihn gleich nochmal. Und wir kriegen ihn gleich nochmal. Wuhu. 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 Prozent das war Prozent Prozent das war stark die Städte kleine Sünder nicht wir kommen kann man nicht machen so hat er meist abgelaufen so dann bekommen wir auf den einen das ganz gut ist jetzt hier mal zack dann werden wir alles mit überliegt jetzt da unten oh mein gut was ist da unten wie soll man das denn bekommen ich habe keinen plan wie man das in sie bekommen sind weil wir mal lassen ok noch mal ich bin es ein ich glaube wir müssen mann die Verschießung mal kurz zack das war gar nicht so schlecht ok jetzt aber alles klar sie sind nicht doch schlecht was nicht jetzt hier so ich habe den bekommen ich will den Bekonten ist ein Bekont kommen wollen egal die ich sag um ich weiß gar nicht dass wir die Waren um wir haben 26 26 die wir müssen zuerst hier ist schon okay aber ich auch erst mal sagen was ist denn diese für die sind es im nächsten video bis dann